Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. An einem schönen lauen Sommermorgen im Juni 2009 entscheidet sich ein Ehepaar aus Berlin spontan dazu, den Tag mit ein wenig Sport und Bewegung zu beginnen. Nicht ahnend, dass sich nur wenige Stunden später etwas schier Unvorstellbares ereignen wird. Nämlich eine Tat, die nicht nur vollkommen sinnlos und brutal sein wird, sondern auch eine Tat, für die es bis heute keine Erklärung gibt und die mir, seit ich vor vielen Jahren zum ersten Mal über sie gelesen habe, nie mehr aus dem Kopf ging. Im Jahr 2009 lebt die 39 Jahre alte Kirsten Saarling, gemeinsam mit ihrem Ehemann in einer großen Wohnung in Berlin. Die beiden kennen sich schon ihr halbes Leben lang. Seit 20 Jahren sind sie ein Paar und seit neun Jahren auch miteinander verheiratet. Eine sehr glückliche Partnerschaft, innig und vertrauensvoll. Doch auch die Beziehung der Saarlings wurde in den vielen Jahren, in denen sie sich jetzt kennen, hier und da natürlich auch immer wieder einmal auf die Probe gestellt. So auch, als bei Kirsten mit gerade einmal 25 Jahren Krebs diagnostiziert wurde. Über viele Wochen und Monate muss sie sich einer intensiven Behandlung im Krankenhaus unterziehen. Eine, wie man sich vorstellen kann, äußerst schwere und belastende Zeit für Kirsten. Im Verlauf der langwierigen Behandlung muss sie ein Teil ihres rechten Unterschenkels entfernt werden, was sie natürlich auch zukünftig in ihrem Alltag beeinträchtigen wird. Doch Kirsten Saarling kann geheilt werden. Und in dieser wirklich schrecklichen Zeit hat sie trotz allem nie ihren Lebensmut oder auch den Willen zum Leben verloren oder aufgegeben. Und das lag vor allen Dingen mitunter auch an ihrem Mann, der immer an ihrer Seite stand und der ihr auch in den dunkelsten Stunden und in den Stunden größter Verzweiflung Halt gegeben hat. Nach ihrer überstandenen Krebserkrankung entschließt sich Kirsten Saarling, die bereits zuvor eine Ausbildung als Krankenschwester absolviert hatte, jetzt Psychologie zu studieren. Und nach ihrem erfolgreichen Abschluss, einige Jahre später, beginnt sie dann als Diplom-Psychologin an der Charité in Berlin zu arbeiten. Ganz bewusst entscheidet sie sich für den Campus Benjamin Franklin, also der Abteilung innerhalb der Charité, die auf die Diagnostik und die Behandlung von Tumorerkrankungen spezialisiert sind. Kirsten wurde durch ihre früh diagnostizierte Krebserkrankung sehr geprägt und möchte ihren Beruf als Psychologin dafür nutzen, anderen zu helfen, die genau jetzt in derselben Situation sind, in der sie schon war. Sie möchte ihnen Mut machen, sie aufbauen und ihnen das Gefühl geben, mit dieser Last nicht allein zu sein. Und genau das macht Kirsten. Sie ist unheimlich beliebt bei ihren Kollegen. Sie war, so ein befreundeter Arzt, mit dem sie viele Jahre zusammengearbeitet hat, genau die Richtige für diesen Job. Sie war hoch angesehen und wurde von ihren Kollegen für ihre freundliche und ausgeglichene, aber auch sehr bedächtige Art, die sie hatte, unheimlich geschätzt. Seit ihrer Krebserkrankung und der damit verbundenen Operation an ihrem Unterschenkel kann Kirsten Saling, die früher immer sehr intensiv und sehr gerne Sport gemacht hat, das zwar auch jetzt nach wie vor immer noch tun, allerdings muss sie ihre sportlichen Aktivitäten anpassen. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der nach wie vor immer noch sehr gerne und intensiv laufen geht, interessiert sich Kirsten in den kommenden Jahren immer mehr für sogenannte meditative Sportarten, wie zum Beispiel Tai Chi oder Qi Gong. Und es dauert nicht sehr lange, da hat sie viele Konzentrations- und Entspannungssportarten in ihren Alltag integriert. Vor allen Dingen Qi Gong hat es ihr besonders angetan. Eine Kombination aus Atem-, Bewegungs- und Meditationsübungen, die ein breites Wirkungsspektrum hat und vor allem auch im Gehen praktiziert werden kann, was Kirsten aufgrund ihrer Einschränkungen sehr gelegen kommt und was sie unheimlich gerne praktiziert. Ich kam bei meiner Recherche zum Fall Kirsten Saling sehr schnell zu der Einschätzung, dass sie wohl eine äußerst glückliche Frau gewesen ist, die mitten im Leben stand, die eine schwere Erkrankung überstanden hat, die ihren Beruf mit voller Leidenschaft und aus Überzeugung ausgeübt hat, die beliebt war bei Freunden und bei ihren Arbeitskollegen und die seit 20 Jahren einen Mann an ihrer Seite hatte, mit dem sie unheimlich glücklich gewesen ist und den sie offenbar sehr geliebt hat. Doch das alles endete am 20. Juni 2009. An diesem Samstagmorgen steht das Ehepaar Saling wie immer früh auf. Beim Frühstück beschließen sie spontan, den Tag und die gemeinsame Zeit zu nutzen, um ein wenig Sport zu machen. Nach dem Essen ziehen sie sich an, steigen in ihr Auto ein und fahren ca. 45 Minuten in Richtung Nordwesten aus der Stadt hinaus. Ihr Ziel ist der Spandauer Forst, ein 1347 Hektar großes Wald- und Naturschutzgebiet an der nordwestlichen Stadtgrenze des Gebiets Spandau. Dort kann man dem Lärm und dem Trubel der Stadt wahrlich entfliehen. Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, zahlreiche verzweigte Wege führen zu wunderschönen Lichtungen, Uferpromenaden, Wander- und Radwege, soweit das Auge reicht. Ein wahres Paradies für Touristen, Wanderer und vor allem auch für Sportler. Und das nicht nur im Sommer. Doch dieser 20.06.2009 ist eben genauso ein schöner, warmer Sommertag im Juni. Und als Kirsten und ihr Mann um 8.15 Uhr am Parkplatz an der Schönauer Allee am Spandauer Forst ankommen und ihr Autorad abstellen, freuen sie sich einfach auf eine kleine Auszeit und ein bisschen Bewegung an der frischen Morgenluft. Und da sind sie nicht die Einzigen. Denn auch um diese frühe Zeit am Morgen sind dort schon jede Menge Spaziergänger, Fahrradfahrer, Jogger, Menschen, die Walken gehen oder die einfach mit ihren Hunden eine Morgenrunde drehen wollen, zahlreich unterwegs. Kirstens Mann fängt also jetzt mit seiner ersten Joggingsrunde an, während Kirsten selbst damit beginnt, langsam und bedächtig im Gehen ihre Qigong-Übungen zu praktizieren. Was zwangsläufig dazu führt, dass sich das Ehepaar aus den Augen verliert, weil Kirstens Mann natürlich beim Laufen viel schneller unterwegs ist auf den Wegen im Spandauer Forst als sie, die das Ganze, wie gesagt, sehr langsam und mit verschiedenen Atemübungen im Gehen praktiziert. Das ist aber nicht das erste Mal. In der Vergangenheit haben sie das immer wieder so gemacht und es ist auch nicht das erste Mal, dass sie zusammen im Spandauer Forst sind. Deswegen haben sie auch heute, an diesem 20. Juni, wie sie es schon so oft zuvor auch getan haben, eine Uhrzeit ausgemacht, bei der sie sich dann später wieder am Parkplatz beim Auto treffen würden. Das heißt, jetzt macht erst einmal jeder sein Ding. Kirsten beginnt ihr Marsch an der Kulake, einem Fluss, an dem links und rechts jeweils breite Wanderwege vorbeiführen. Im selben Gebiet ist zu dieser Zeit eine Joggerin unterwegs. Ihr fällt ein junger Mann auf, der sein Fahrrad neben sich her durch den Forst schiebt. Normalerweise würde dort niemand, der zu Fuß oder eben auch mit einem Fahrrad unterwegs ist, groß auffallen. Der Grund allerdings, warum die Joggerin speziell auf diesen jungen Mann aufmerksam wird, hat etwas mit seinem Äußeren zu tun. Er ist nämlich komplett in Weiß gekleidet und sein Fahrrad ist rot. Die Joggerin läuft also an diesem jungen Mann, der sein Fahrrad neben sich her schiebt, vorbei. Doch bei der nächsten Runde, die sie läuft, begegnet sie ihm schon wieder. Diesmal schiebt er allerdings nicht sein Fahrrad, sondern er hat es in der Wiese abgestellt und lehnt mit verschränkten Armen an einem Baum. Die Joggerin sieht ihn schon von Weitem und sie läuft an ihm vorbei. Und während sie an ihm vorbeiläuft, wirft er ihr einen, wie sie später gesagt hat, sehr seltsamen Blick zu, der in ihr ein unangenehmes bis bedrohliches Gefühl auslöst. Weswegen ist sie auch ihr Tempo ein wenig beschleunigt, um so schnell wie möglich von ihm irgendwie wegzukommen. Schnell merkt sie jedoch, kaum dass sie an ihm vorbeigelaufen ist, dass er jetzt sein Fahrrad nimmt, aufsteigt und langsam beginnt hinter ihr herzufahren. Das geht jetzt eine ganze Zeit lang so. Die Joggerin dreht sich auch immer wieder um und bemerkt, dass der junge Mann auf seinem Fahrrad in einem gewissen Abstand nach wie vor immer noch hinter ihr herfährt. Nach ca. 700 Metern jedoch beschleunigt sie ihr Lauftempo noch einmal und biegt dann rechts auf eine neue Laufstrecke ab. Und genau dort sieht sie dann auch Kirsten Saling auf sich zukommen, die völlig vertieft in ihre Qigong-Übungen jetzt genau in die Richtung geht, wo die Joggerin eben noch den seltsamen jungen Mann auf dem Fahrrad hinter sich gesehen hat. Einige Minuten später. Die Joggerin hat sich zu dieser Zeit schon etwas weiter weg von der Stelle entfernt, an der sie kurz zuvor erst Kirsten Saling begegnet ist. Da hört sie ein Rufen, das über die Bäume des Laubwalds zu ihr herübergetragen wird. Dass es ein Hilfe, Hilfe gewesen ist, das hat sie nicht wahrnehmen können, weswegen sie jetzt weiterläuft. Der panische Schrei nach Hilfe kam von Kirsten Saling. Ein Spaziergänger, der die Hilfeschrei klar und deutlich hören konnte, weil er ganz in der Nähe war, eilt jetzt genau in die Richtung, aus der sie kam. Dabei wird er fast von einem jungen Mann auf einem Fahrrad über den Haufen gefahren. Er konnte sich später sehr gut an diese Situation erinnern. Nicht nur deswegen, weil der Fahrradfahrer unheimlich schnell an ihm vorbeigerast ist, sondern auch hier wieder aus dem Grund, weil er wahrgenommen hat, auch wenn es nur eine Sekunde war, dass dieser junge Mann völlig weiß gekleidet war und dass er eben auch auf einem roten Mountainbike saß. Als er jetzt an die Stelle kommt, von der aus er die Schreie gehört hat, sieht er dort eine Frau blutüberströmend am Boden liegen. Es ist Kirsten Saling. Sie ist bei Bewusstsein, doch offenbar wurde mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen. Eine Frau, die nur wenige Meter weiter mit ihm hundspazieren geht, beobachtet diese Szene und kommt dazu. Und auch wenn Kirsten Saling schwer verletzt ist, schafft sie es, mit dieser Frau zu sprechen. Der hat auf mich eingestochen. Ich kannte ihn nicht. Helles, kurzes Haar. Der war ganz weiß angezogen. Mein Gott, der sah noch so jung aus. Diese Worte flüstert Kirsten Saling, der Spaziergängerin, mit dem Hund zu. Während diese ihre Hand hält. Dann sagt sie der Zeuge noch, dass ihr Mann hier ganz in der Nähe sein muss. Weswegen sich jetzt der Zeuge, der Kirsten Salings Hilfeschrei gehört und direkt zu ihr geeilt ist, sofort auf den Weg macht, um ihren Mann zu suchen. Währenddessen bittet Kirsten, die Spaziergängerin ihren Mann anzurufen. Und sie schafft es sogar noch, die Handynummer ihres Mannes zu sagen. Doch die Frau mit dem Hund hat natürlich keinen Zettel und keinen Stift dabei, weswegen sie sich einen Ast schnappt, der dort auf dem Boden herumliegt und die Nummer von Kirstens Mann in den kiesigen Boden einritzt. Kirstens letzte Worte, bevor sie das Bewusstsein verliert, sind, dass bitte jemand ihrem Mann sagen soll, dass sie ihn über alles liebt. Genauso auch wie ihre ganze Familie. Tatsächlich gelingt es jetzt auch, Kirstens Mann ausfindig zu machen. Und er eilt natürlich gemeinsam mit anderen Menschen, die sich inzwischen angeschlossen haben, zu der Stelle zurück, wo Kirsten immer noch auf den Boden liegt. Inzwischen hat sie aber, wie gesagt, das Bewusstsein verloren und sie wird es auch nicht mehr erlangen. Denn auch wenn der Notarzt und die Polizei natürlich sofort verständigt worden sind und auch wenn die Ärzte vor Ort und dann auch später im Krankenhaus alles versuchen, zwei Stunden später stirbt Kirsten Saarling mit 39 Jahren an den Folgen ihrer schweren Stichverletzungen. Die Polizei beginnt sofort mit umfangreichen Ermittlungen. Der Tatort wird weiträumig abgesperrt und natürlich werden an Ort und Stelle alle Zeugen eingehend befragt. Genauso wie dann auch in den kommenden Tagen immer wieder. Kirsten Saarling selbst konnte ja, bevor sie das Bewusstsein verloren hat, den Täter noch beschreiben. Genauso auch wie der Spaziergänger, der ihre Hilfeschrei gehört hat und an dem er, vermutlich direkt nach der Tat, mit seinem Fahrrad vorbeigerast ist. Aber relativ schnell wird klar, dass am Morgen dieses 20. Juni 2009 viele weitere Menschen, die in diesem Spandauer Forst unterwegs gewesen sind, diesen weiß gekleideten, unbekannten Mann auf seinem Fahrrad wahrgenommen haben. Wichtig dabei ist natürlich auch die Aussage der Joggerin, die er kurz bevor er offensichtlich auf Kirsten Saarling getroffen hat, ja, mit seinem Fahrrad wahrscheinlich verfolgt hat und der er auch diesen seltsamen, beunruhigenden Blick zugeworfen hat. Die Polizei sucht jetzt nach einem 15 bis höchstens 25 Jahre alten jungen Mann. Mit dunkelblondem bis hellbraunen kurzgeschnittenen Haar. Mitteleuropäischer Typ. Schlank. Circa 1,75 groß. Keine sichtbaren Tattoos, kein Bart, keine Brille. Er soll äußerst gepflegt gewirkt haben. Eine Zeugin, die sich später auch noch bei der Polizei meldet, sagt aus, dass er an diesem Morgen im Spandauer Forst mit seinem Fahrrad auch an ihr vorbeigefahren ist und sie hat ihn auch als sehr attraktiv beschrieben. Das Auffälligste für alle Zeugen war allerdings die äußere Erscheinung des Täters. Seine weiße Kleidung, bei der es sich offenbar um ein weißes Oberteil mit Kapuze und einer langen weißen Hose gehandelt haben soll. Unterwegs war er mit seinem Fahrrad. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein Mountainbike. 26 bis 28 Zoll in Rot oder zumindest mit roten Bauteilen. Die Aussage aller Zeugen zum Täter und auch zu seinem Fahrrad gleichen sich. Die Polizei gibt noch am selben Tag eine Täterbeschreibung und auch eine Beschreibung des Fahrrads heraus. Und somit wird das Ganze jetzt auch direkt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die Polizei beginnt jetzt indessen, die Kameras in der Umgebung zu überprüfen. Vielleicht wurde ja der Täter bei der Flucht auf seinem Fahrrad von irgendeiner Kamera aufgezeichnet. Und Treffer. Ganz in der Nähe des Tatorts nämlich, circa ein Kilometer entfernt, befindet sich das evangelische Johannesstift. Eine soziale Einrichtung mit 60 Häusern und einer großen Anlage. Und selbstverständlich sind an einigen dieser Gebäude auf dem Stiftungsgelände Kameras angebracht. So auch an der Einfahrt, genauer gesagt am Haus des Pförtners. Die Kamera 03 zeichnet am 20. Juni kurz nach der Tat einen Fahrradfahrer auf, der mit schneller Geschwindigkeit das Pförtnerhäuschen passiert. Acht Sekunden lang ist der junge Mann, der vollständig in weiß gekleidet ist, auf der zugegeben sehr schlechten Aufnahme zu sehen, als er auf das Stiftungsgelände einbiegt, wo er dann kurze Zeit später von einer weiteren Zeugin gesehen wird, die sich, nachdem die Polizei die Aufnahme kurze Zeit später veröffentlicht hat, ebenfalls meldet. Der Mann auf dem Fahrrad fährt ohne zu zögern mit hoher Geschwindigkeit auf das Stiftungsgelände ein. Die Polizei geht genau deswegen davon aus, dass er Ortskenntnisse haben muss. Er bewegt sich schnell und dem Anschein nach sicher vorwärts, was dafür spricht, dass er sich gut auskennen muss. Und genau aus diesem Grund rückt jetzt das Johannesstift in den Fokus der Ermittler. Arbeitet der Täter hier? War er vielleicht deswegen komplett in weiß gekleidet, weil er bei der Ausübung seiner Arbeit weiß tragen muss? Ist er vielleicht als Koch in einer der Küchen auf dem Stiftungsgelände angestellt? Oder als Pfleger? War er vielleicht wegen psychischer Probleme in der dort ansässigen Jugendhilfe in Behandlung? Oder hatte er einen Verwandten, wie zum Beispiel seine Großmutter, seinen Großvater oder sonst jemanden, der in einem der Alten- oder Pflegeeinrichtungen auf dem Stiftungsgelände lebt? Und kann sich deswegen so gut dort aus und hat sich sicher mit seinem Fahrrad nach dieser Tat dort fortbewegt. Alle 1.200 Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Stiftungsgelände gearbeitet haben, werden von der Polizei eingehend befragt. Genauso auch alle Patienten, alle Bewohner und Menschen, die dort leben. Weiterhin werden in den nächsten Tagen von der Polizei auch alle jungen Männer innerhalb der passenden Altersstufe, die zum Tatzeitpunkt im Postleitzahlenbereich Spandauer-Forst gemeldet waren, aufgesucht und befragt. Ebenso werden auch Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Schulen und psychiatrische Kliniken in der Umgebung aufgesucht und auch dort sowohl Mitarbeiter als auch Patienten befragt. Leider alles ohne nennenswerte Ergebnisse. Und auch das Videoband wird jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und die einzelnen Bilder aus dem Video werden zusätzlich herausgestanzt und veröffentlicht. Doch ihr könnt es ja selbst sehen. Die Bilder sind von äußerst schlechter Qualität und auch wenn die Polizei gleich zu Beginn ihrer Ermittlungen viele Hinweise bekommt, bringt es sie auch jetzt keinen Schritt weiter. Auch Kirsten Saarlings Mann, Familienangehörige, Arbeitskollegen und Freunde werden im Zuge der Ermittlungen befragt. Doch allesamt können als Täter ausgeschlossen werden. Kirsten Saarling hatte keine Feinde, keine finanziellen Probleme. Sie steckte nicht in irgendwelchen anderen Schwierigkeiten und es gab auch keinerlei Streitigkeiten, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. In den nächsten Wochen gehen die Ermittlungen intensiv weiter. Alle umliegenden Gewässer, Moore, Abflüsse, Kleingartenanlagen, Müllhalden und der gesamte Forst werden von der Polizei mithilfe von Spürhunden akribisch durchsucht. Vor allen Dingen auch nach der Tatwaffe, also dem Messer. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter nach der Tat auf seiner Flucht mit seinem Fahrrad das Messer irgendwo entsorgt haben könnte. Doch auch hier nichts. Das Problem, das sich für die Ermittler darstellt, ist einfach, dass es keinerlei Beziehung zwischen dem Opfer und dem Täter gegeben hat. Wir erinnern uns zurück, Kirsten Saarling hat selbst gesagt, als sie noch bei Bewusstsein war, den kannte ich nicht. Und die Tatsache, dass es keine Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt, macht es für die Polizei einfach umso schwieriger. Und kurze Zeit später, nach einer vollständigen Rekonstruktion dieser Tat, schließt die Polizei dann sowohl einen Raub als auch ein sexuelles Motiv oder einen möglichen Auftragsmord an Kirsten Saarling aus. Genauso wird auch ausgeschlossen, dass es zu einer Auseinandersetzung oder einem Streit kam, bevor der Täter Kirsten Saarling mit dem Messer attackiert hat. Aus Wochen werden Monate, aus Monaten werden Jahre. Und trotzdem, dass die Polizei immer wieder versucht, den Fall in der Öffentlichkeit präsent zu halten, indem sie immer wieder die Täterbeschreibung herausgeben oder eben auch das Videoband der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und trotzdem, dass der Fall dann auch einige Jahre später bei Aktenzeichen XY als Filmfall gezeigt wird und eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt wird. Und auch trotzdem, dass die Polizei im Laufe dieser Zeit über 3000 Hinweise sowohl auf den Täter als auch auf sein Fahrrad bekommt, sind sie ihm doch keinen Schritt näher gekommen. Ein Jahr nach Kirsten Saarlings Tod, an dem Tag, an dem sie 40 Jahre alt geworden wäre, lässt ihr Mann im Spandauer Forst für sie einen Gedenkstein aufstellen. Darauf ist ihr Geburts- und auch ihr Todestag eingraviert. Und darunter steht der Satz, du fehlst uns mit deiner Liebe und Klarheit und wir schöpfen aus deinem Mut zu leben. Ich habe mich bei der Recherche zu diesem Fall immer und immer wieder an den Mordfall Domenico Lorusso zurückerinnert gefühlt, der 2013, als er mit seiner Freundin mit dem Fahrrad am Abend an der Isar unterwegs gewesen ist, von einem bis heute unbekannten Täter erstochen wurde. Ich habe den Fall auch hier auf meinem Kanal gemacht und es ist eben einer der Fälle, genau wie es auch bei Kirsten Saarlings der Fall ist, der mir nie wieder aus dem Kopf gegangen ist. Mitunter auch aus dem Grund, weil es sowohl bei Domenico Lorusso als eben auch bei Kirsten Saarlings wohl so war, dass sie sterben mussten, weil sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen sind. Da steht also jemand morgens auf, zieht sich an, schnappt sich ein Messer, setzt sich auf sein Fahrrad und steuert den Spandauer Forst an. Wohl zu diesem Zeitpunkt schon ganz bewusst mit dem Plan im Kopf, mit diesem Messer jemanden anzugreifen. Möglicherweise bereits mit dem Plan im Kopf, mit diesem Messer jemanden umzubringen. Und dieser jemand ist wohl auffällig jung, wahrscheinlich sogar noch minderjährig, denn wir erinnern uns zurück, Nicht nur Kirsten Saarlings selbst hat, als sie noch bei Bewusstsein war, den Satz gesagt, mein Gott, der sah noch so jung aus, sondern auch alle anderen Zeugen haben diesen Mann in Weiß als sehr jungen Menschen beschrieben. Kann ein so junger Mensch eine solch monströse, unglaubliche Tat wirklich für sich behalten? Der Mord an Kirsten Saarlings liegt inzwischen 13 Jahre zurück. Hat er in dieser ganzen Zeit mit niemandem darüber gesprochen? Ich habe in einem Artikel bei meiner Recherche gelesen, dass die Polizei sehr wohl davon ausgeht, dass es einen oder vielleicht sogar mehrere Mitwisser geben könnte. Man liest das ja auch immer wieder, dass Täter, die nicht geschnappt werden, mit den Jahren damit beginnen, sich manchmal jemanden zu öffnen. Vielleicht, vielleicht, und das ist jetzt nur reine Spekulation von mir, hat sich dieser Täter vielleicht auch irgendjemand anvertraut, der ihm nahe stand. Seiner Mutter, seinem Vater, seiner Freundin, vielleicht auch einem Freund, der dieses Wissen bis heute hat und vielleicht auch deswegen nichts sagt, weil er diesen Täter schützen möchte. Seine Kleidung war weiß und sie muss nach der Attacke auf Kirsten Saarlings zumindest teilweise mit Blut besudelt gewesen sein. Hat er diese Kleidung, als er zu Hause ankam, dann selbst gewaschen? Hat jemand anders diese Kleidung für ihn gewaschen? Hat er sie ausgezogen und vielleicht entsorgt in irgendeine Mülltonne geworfen, in der Hoffnung, dass sie dort nicht gefunden wird? Und was ist eigentlich mit dem Messer? Wo hatte er das her? Aus seiner eigenen Küche? Aus der Küche seiner Eltern? Aus der seiner Freundin? Oder aus der seiner Mitbewohner, mit denen er zusammengewohnt hat? Hat er es irgendwo entsorgt? Oder hat er es zu Hause einfach sauber gemacht und bei sich behalten? Weiß irgendjemand irgendetwas darüber? Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Denn selbstverständlich ist es auch möglich, dass der Mann in weiß bis heute mit niemandem über seine Tat gesprochen hat. Kommen wir jetzt aber nochmal zu der Kleidung, die der Täter getragen hat. Denn dass er komplett weiß trug, das war etwas, was damals und, so wie ich das wahrgenommen habe, auch heute noch zu Spekulationen führt. Wo trägt man weiße Kleidung? Oftmals in einer Küche, im Krankenhaus, in Arztpraxen. Aber auch Maler sind oftmals weiß angezogen, mit so weißen Latzhosen. Allerdings sind das oftmals eben Kleidungsstücke, die ganz spezifisch für den jeweiligen Beruf aussehen. Im Krankenhaus als Pfleger oder als Arzt trägt man weiß. Ja, aber meistens sind es irgendwelche Kittel, wo man dann irgendwie das Stethoskop noch irgendwo mit drin hat oder sich einen Stift da oben reinsteckt. Es ist klar erkennbar, dass es dann jemand ist, der in einer medizinischen Einrichtung oder Ähnliches arbeitet. Auch in Küchen ist es so, dass die Köche dort eben meistens als solche zu erkennen sind, weil die Kleidung ganz spezifisch ist. Und auch bei Malern ist es ja doch so, dass sie meistens eine weiße Latzhose tragen. Und die Zeugen allerdings, die den Täter im Spandauer Forst gesehen haben, haben seine Klamotten eben nicht wirklich berufsspezifisch beschrieben, sondern eher als ein ganz normales weißes Oberteil mit Kapuze und eine weiße Hose. Es war wohl auch kein Trainingsanzug im eigentlichen Sinne, sondern es war einfach weiß oben, weiß unten. Was also hat es mit dieser auffälligen Farbauswahl auf sich? Hat es vielleicht doch irgendetwas mit dem Beruf des Täters zu tun? Ich selbst, und da sind wir jetzt auch zum Teil schon bei meiner persönlichen Meinung, glaube das absolut nicht. Denn wenn der Täter tatsächlich weiß an seinem Arbeitsplatz tragen muss, dann kann man sich an dieser Stelle natürlich fragen, warum er diese Kleidung an einem Samstag morgens getragen hat. Nicht falsch verstehen, natürlich arbeiten Menschen auch samstags. Nur die zweite und viel wichtigere Frage wäre, warum er Kleidungsstücke, die er ja bei seiner Arbeit traben muss, anzieht, wenn er schon plant, einen Mord zu begehen. Das macht für mich keinen Sinn, denn was wäre denn dann die nächste logische Schlussfolgerung? Er zieht also seine Arbeitsklamotten an, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen, hat aber ein Messer dabei, weil eigentlich er vorher noch einen Mord begehen will und dann anschließend fährt er mit seiner Arbeitsbekleidung, die er ja nur deswegen angezogen hat, weil er zur Arbeit ging, dann anschließend genau dorthin, vermutlich noch mit jeder Menge Blut an seinem weißen Oberteil. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese weiße Kleidung, die er getragen hat, irgendetwas mit seinem Job per se zu tun haben muss. Warum dieser junge Mann sich also an diesem Morgen dazu entschieden hat, sich so anzuziehen, das weiß ich nicht. Und leider wird das wahrscheinlich auch immer sein Geheimnis bleiben. Vielleicht steckte doch für ihn selbst ein tieferer Sinn in dieser Farbauswahl. Am Ende, denke ich, würde es nur er selbst verstehen. Eine andere Sache aber steht definitiv fest. Genau durch diese weiße Kleidung ist er an diesem Morgen unheimlich vielen Menschen im Spandauer Forst aufgefallen. Und wenn ihr mich fragt, dann wüssten wir wahrscheinlich viel weniger über ihn. Hätte er einfach ein hellblaues Oberteil und eine normale Jeans getragen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch während dieses Videos jetzt schon aufgefallen. Ich auf jeden Fall habe es ziemlich schnell registriert, nachdem ich mich zum ersten Mal vor vielen Jahren mit dem Mord an Kirsten Saarling beschäftigt habe. Und auch in den Jahren danach habe ich es nicht ganz verstanden. Die Tatsache, warum es eigentlich kein Phantombild gibt. Denn der Mann in Weiß wurde an diesem Morgen im Spandauer Forst von so vielen Menschen registriert. Einige davon haben ihn auch zumindest von seiner äußerlichen Erscheinung her, dass er weiß angezogen war und auch sein Fahrrad, gut beschreiben können. Und wir erinnern uns an die Zeugin zurück, die auch gesagt hat, dass sie ihn als, ja, gut gepflegt und attraktiv wahrgenommen hat. Das heißt, sie muss ihn ja auch irgendwo gesehen haben, wie er auch im Gesicht aussah. Und wir erinnern uns auch an die Joggerin zurück, der er einen sehr intensiven und für sie durchaus beängstigenden Blick zugeworfen hat, nachdem er sie dann an sich vorbeijoggen hat sehen und sie dann mit dem Fahrrad verfolgt hat. Das heißt, wir haben schon ein paar Zeugen, die ihn etwas deutlicher gesehen haben müssen. Und deswegen war es für mich so unverständlich, warum man kein Phantombild hat. Ich habe das jetzt allerdings, nachdem ich mich mit der Recherche noch mal intensiver beschäftigt habe, durchaus schon verstanden. Denn wenn man so viele Zeugen hat, dann ist es umso schwerer, ein Phantombild zu erstellen. Die Erstellung eines Phantombilds ist ohnehin eine äußerst schwierige Angelegenheit, weil das Erinnerungsvermögen von Menschen sehr schnell auch nachlassen kann. Und wenn es dann so viele Leute sind, dann wird ein Täter auch oftmals unterschiedlich beschrieben, vor allen Dingen, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Und wenn die Polizei dann von 20, 30, 40, 100 Zeugen verschiedene Beschreibungen hat und der eine sagt, also irgendwie hat er doch ein bisschen dunkleres Haar und der andere sagt, kein Bart, ich weiß nicht, vielleicht hat er doch ein paar Bartstoppeln, dann wird es schon schwierig. Und vor allen Dingen habe ich auch gelesen, dass der Täter in 90 Prozent der Fälle, wo ihn Zeugen an diesem Samstagmorgen im Forst gesehen haben, seine Kapuze getragen hat. So auch, als er an den Baum gelehnt hat, wo die Joggerin an ihm vorbeigelaufen ist. Er hatte seine Kapuze auf. Das heißt, der Blick, den er ihr zugeworfen hat, den hat sie zwar registriert, aber sie hat ihn nicht so deutlich erkannt offenbar, dass es für eine genaue Beschreibung und dementsprechend auch ein Phantombild ausgereicht hätte. Und vergessen wir nicht die vielen anderen Zeugen. Jeder konnte etwas dazu sagen, aber am Ende hat es nicht für ein Phantombild gereicht. Und ich als reiner Laie muss auch sagen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Denn wenn man mal davon ausgeht, dass wirklich ein Phantombild erstellt worden wäre, dann hätte es durchaus auch eines sein können, dass am Ende, wenn alle Zeugen zusammenkommen und die Aussagen so unterschiedlich dann auch in Details gewesen wären, es am Ende ein Bild ergeben hätte, das vielleicht gar nicht mehr den Täter zeigt. Und wenn dieses Bild dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, dann hält man Ausschau nach diesen Menschen auf diesem Phantombild. Und es kann eben dann leicht sein, dass man seine Aufmerksamkeit auf jemanden lenkt, der überhaupt nicht so aussieht wie der Mann in Weiß. Der Mord an Kirsten Saarling ist für mich einer der unglaublichsten und sinnlosesten, ungelösten True-Crime-Fälle, die wir in Deutschland haben. Und bei dem Gedanken, dass derjenige, der er das angetan hat und der inzwischen Anfang bis Mitte 30 sein dürfte, nach wie vor immer noch da draußen rumläuft, dreht sich mir der Magen um. Das Frustrierende daran ist natürlich vor allen Dingen auch für die Polizei, die von Anfang an wirklich alles dafür getan hat, dem Täter auf die Spur zu kommen und die alle Hebel auch in den Jahren danach in Bewegung gesetzt hat, den Fall in der Öffentlichkeit am Leben zu halten, ihn trotzdem bis heute nicht aufklären konnte. Es ist jetzt bereits einige Jahre her, ich hatte es zuvor schon mal erwähnt, dass der Mord an Kirsten Saarling bei Aktenzeichen XY gezeigt worden ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man zum Beispiel auch in der Unterkategorie Cold Case, die Aktenzeichen XY ja jetzt immer mal wieder hat, genauso auch wie die Unterkategorie Wo ist mein Kind, der Fall noch einmal gezeigt wird in der Rubrik Cold Cases, wo Fälle einfach nochmal der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, die seit Jahren nicht aufgeklärt werden können. Vielleicht hat die Polizei ja inzwischen neue Anhaltspunkte. Und selbst wenn nicht, dass man einfach nochmal die Menschen darauf aufmerksam macht, dass so ein unglaubliches, so ein scheußliches und sinnloses Verbrechen passiert ist, an einer Frau, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und dass man die Öffentlichkeit ebenfalls nochmal darauf aufmerksam macht, dass dieser Mann, der dieses Verbrechen begangen hat, vor jetzt inzwischen 13 Jahren höchstwahrscheinlich hier irgendwo noch rumläuft. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass der Fall nochmal erneut aufgegriffen wird bei Aktenzeichen. Und vielleicht wird dann doch noch derjenige gefunden, der Kirsten Saarling am 20. Juni 2009 ermordet hat. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Wieder mal nach längerer Zeit ein Fall aus Deutschland. Ich würde sehr gerne mehr Fälle aus Deutschland machen und es wird auch in Zukunft weiterhin auf diesem Kanal Fälle aus Deutschland geben. Allerdings, ich hatte das hier und da schon mal erwähnt, tue ich mich da immer mit der Recherche ein bisschen schwer, weil in Deutschland eben oftmals bei den Fällen, die Quellen nicht so zahlreich sind, wie ich das zum Beispiel bei den Fällen gewohnt bin, die ich aus den Vereinigten Staaten mache, aus England, aus Australien oder Kanada. Da hat man einfach mehr, um tief in die Recherche einzusteigen, was ich, wie ihr wisst, einfach gerne mache, weil ich immer versuche, ein so gut es mir als Laie mögliches, vollständiges Bild zu zeichnen. Ich hoffe, dass mir das jetzt im Fall von Kirsten Saarling auch gelungen ist und deswegen freue ich mich natürlich auch wie immer auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Fall haltet und was ihr auch glaubt, was es mit dem Täter auf sich hat. Ich bin sehr gespannt auf alles, was ihr mir wieder so schreiben werdet und verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.